Mitarbeitergespräche, das ist doch eher was für Psychohygiene oder einen Raum, um Kritik zu üben. Da geht es weniger um Personalentwicklung. Kennen Sie diese Aussage oder haben selbst schon ähnlich gedacht? Wie schade. Das jährliche Gespräch unter vier Augen bietet viel Potenzial, miteinander zielgerichteter ins Arbeiten zu kommen. Eine Idee dazu stelle ich Ihnen in diesem Impuls-Podcast vor. Nach dem Intro starten wir. Was geflüstert? Fachliche Impulse – Neue Ideen und Perspektiven für Führungskräfte von Alicia Seiler Powered by Zentrum Mensch Viele Mitarbeitergespräche werden von Mitarbeitenden genauso wie von Führungskräften als unbefriedigend wahrgenommen. Die Zufriedenheit wird abgefragt, das Arbeitsklima, ob für den Arbeitsalltag alles Benötigte zur Verfügung steht und mit etwas Glück darf auch in beide Richtungen Kritik geäußert werden. Wünsche und Anregungen In manchen Branchen zittern Mitarbeitende richtiggehend vor den Jahresgesprächen, wissend, dass die Leistungsbeurteilung ansteht. Sind wir abhängig von der Beurteilung Einzelner? Wie objektiv können Kriterien sein? Und wie wird sich das auswirken? Stellen Sie sich vor, Ihre Mitarbeitenden würden sich auf die Jahresgespräche richtiggehend freuen. Was könnte sie motivieren und welche Bedarfe hat Ihr Team? Mein Vorschlag Schaffen Sie einen Raum für die Personalentwicklung. Aber wie? Das OKR-Konzept aus den 70ern von Andrew Grove wird gerne als agiles Rahmenwerk für Zielsetzung eingesetzt. Google, Twitter, LinkedIn und viele weiteren großen Unternehmen arbeiten mit dem Modell. Einmal im Quartal kommt das Team zusammen, setzt sich etwa drei Ziele, sogenannte drei Objectives und findet jeweils drei passende Key Results dazu, also Ergebnisse, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Ziel führen werden. Das Wesentliche an OKR ist die Transparenz. Ziele und Zwischenziele werden transparent für alle formuliert und kommuniziert. Das führt dazu, dass wir voneinander wissen, vernetzter denken können, sich ein stärkerer Fokus entwickelt und wir disziplinierter mit den eigenen Zielen umgehen. Wie wäre das nun, wenn wir das Modell für Personalgespräche adaptieren würden? Wichtig wäre aus meiner Sicht ein vertrauensvoller Rahmen mit strukturierter Hilfestellung und Raum für freien Austausch. Ich habe für mein Team zwei Fragenkataloge digital angelegt. Die Mitarbeitenden füllen einen Fragebogen als Vorbereitung vor dem Jahresgespräch für sich aus. Dieser dient der Vorbereitung für das Gespräch zur eigenen Entwicklung. Der zweite Fragebogen gibt die Möglichkeit, anonym Kritik, Wünsche und Anregungen zu äußern, sowie die Zufriedenheit zur Arbeitssituation wiederzuspiegeln. Innerhalb des Gesprächs leitet uns die Struktur des Fragebogens zur Entwicklung. Dafür nehmen wir uns etwa 30 Minuten Zeit. Daraufhin gibt es den Raum für freien Austausch, Inhalte, die den Mitarbeitenden bewegen. Zum Ende des Gesprächs werden weitere 30 Minuten darauf verwendet, Jahres- und Halbjahresziele festzulegen, ein bis drei, und dazu passende Key Results zu finden. Ein Part, der dabei stets beleuchtet wird, ist die Fort- und Weiterbildung oder auch, ob ein Coaching angedacht werden soll. Wurden Halbjahresziele festgelegt, wird entsprechend ein Zwischengespräch zur Überprüfung in sechs Monaten vereinbart. Und nun kommt der spannende Moment. Wir entscheiden gemeinsam, welche Ziele und Key Results transparent gemacht werden und welche durchaus persönlicher Natur sind. Im Anschluss an alle Gespräche erstelle ich eine Übersicht und stelle sie meinem Team digital zur Verfügung mit der Frage, wie können wir uns gegenseitig bei unserer Zielerreichung unterstützen. Weiterhin haben also in den Personalgesprächen Arbeitszufriedenheit, Kritik, Leistungsbeurteilung und so weiter Platz. Der Fokus liegt jedoch auf der Zielorientierung und dem Miteinanderarbeiten. Zum Ende stelle ich Ihnen noch eine Gefahr der Methode vor und biete dazu eine Reflexionsfrage an. Davor erst mal ganz herzlichen Dank, dass Sie Bossgeflüster to go hören, sich mit der Idee auseinandersetzen und sich dafür engagieren, Ihr Team in Ihrer Entwicklung zu unterstützen. Danke dafür. Eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Bossgeflüster to go wird getragen vom Zentrum Mensch, einer interdisziplinären Praxis mit mehr als zehn Standorten in Hohenlohe-Franken. Das ZM bietet neben vielfältigen Angeboten zur Gesundheit und Entwicklung spannende und teilweise auch digitale Angebote im Bereich BGM an. Neue Technologien und die Digitalisierung gehören zu den zehn wichtigsten Herausforderungen mittelständischer Unternehmen. Würden Sie dem auch zustimmen? Für das betriebliche Gesundheitsmanagement hat das Zentrum Mensch nun auch digitale Lösungen. Wie genau das aussieht, zeigen wir auf der Vitamed. Dort ist das Zentrum Mensch Hauptaussteller. Save the Date 20. und 21. Januar 2024 in Krelsheim. Ich bin Katrin Schneider und freue mich auf Ihren Messebesuch. Gefahren könnten vor allem bei starkem Wettbewerbdenken entstehen. Oder Einseitigkeit, wenn die Führungskraft zum Beispiel ihre eigenen Ziele nicht transparent darlegt. Es macht Sinn, vor einem Test der Methode im Team nachzufüllen und sich ehrlich zu hinterfragen, haben wir eine Teamkultur von Miteinander? Befinden wir uns auf dem Weg dorthin oder müssten gegebenenfalls zuerst andere Schritte gegangen werden? Das war Oskar Flüster.